So, servus Ending. Wir haben uns Tickets gesichert in der ersten Reihe. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Oder? Ich brauch mir kein Ticket sichern, Alter. Mir kehrt die Buden. Mir kehrt das Heidel, in dem wir da spielen. Naja, du musst vergessen, wir sind hier im Metze Power Cup. Ja, Entschuldigung, Metze Power Cup sind wir Leute. Ja, jetzt muss ich dich mal korrigieren, weil... Genau, man tut das ruhig. Ja, es spielt eigentlich die Rangers gar nichts. Wir haben nur gesagt, wir sind hier und haben uns Tickets gesichert. Ja, ja. Aber nicht wo wir sind. Okay, wir sind im Metze Power Cup. Ja, meine Mannschaften spielen gegeneinander. Du kannst chillt zuschauen und beobachten, scouten zwischen Paris und den Rangers. Eigentlich eine harte Entscheidung für mich. Paris steht derzeit an der Spitze der zweiten Liga. Aber die Rangers mehr Herzblut, wie es auch im Lettelspiel erwähnt bringt nichts. Wenn man mit einer Mannschaft das gar nicht so will, aber erzwingen will. Ja, so ist es mir auch gegangen. BK hacken wollte ich eigentlich mehr. Boah! Das zieht jetzt, oder? Ja. Ja, jetzt gibt es halt ein Old-Firm-Derby dafür. Ja, wer sichert sich das Ticket? Die Rangers oder doch Paris? Das letzte Ticket. Ja, dann werden wir auch sehen, wer spielt im Viertelfinale gegeneinander, obwohl ich das ja schon zu klein weiß. Na, Schäfe D. Aber ich werde es ja dann durchsagen. Ah. Oder vielleicht, wenn ich dazwischen in Halbzeit werde ich schon die ersten Partie durchlesen. Oh. Oh. Oder aber wichtig. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt erst entdeckt, dass Sing auch RM spielen kann. Ah, verdrückt. Oh, hart harmlos ausgesammert, der Schuss hat dann schon an Schärfe zugenommen. 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 Na gut. Wirf gescheit aus. So quasi zurück, pass, wirf gescheit aus. Mach's nochmal. Das ist ein gutes Darby, also mach's gescheit. Ah. Kein Problem. Weil, dass du dich jetzt echt geduckt hab, oder? Ah. Mac Rigger. Er hat auch deutlich vorbe. Ah, der rennt sich weiter. Oh. Ja. Paris. Spielt hier ein bisschen stärker auf. Zur Zeit. Hat Perf Chloe rausgeschmissen mit 4 zu 1 in der ersten Runde. Die Rangers haben Pogon Stettin. 3 zu 0. Ah. Aus dem Bewerb geschickt. Ja. 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 Nein. Nein. Das ist ein Rückpass, wahrer Scheiße. Oh. War ein Versuch wert. Ja, war ein Versuch wert. Weil ich aber dachte, so weit wie der draußen war, kann er noch nicht ganz zurück sein. Ja, noch zu 0. Ja. Also Viertelfinale kann ich ja jetzt schon mal sagen. Venedig gegen Salzburg. Wiesler-Krakau gegen Lotte. Sankt Pölten gegen Rapid. Und der Lask empfängt daheim den Gewinner dieses Spiels. Wow. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Zweitligisten im Halbfinal. Das ist schon für den ein wirtschaftlicher großer Erfolg. Ja. Weil dann muss ich die raus haben. Was ist die zweite Mannschaft? Das? Lotte. Zweiter Läger? Lotte. Genau. Oh. Wenn wir in Paris wieder an und an kommen und wenn es Venedig schafft natürlich auch. Also die Möglichkeit besteht aus mehr, aber eine ist halt fix. Ja. Genau so wie eine Erstligamannschaft fix ist. Gebetel. Oh ja. Da. Du hast eine Fauzel. Das ist aber wieder so eine Partie da gewinnen. Ja. 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 Weil die Partie eigentlich gut ist, finde ich. Die sind gut, ja. Aber es ist so eine. So eine. Die wird nicht 0-0 ausgehen, da wird sich einer oder 1-1 von mir aus. Aber die wird nicht 0-0 ausgehen. Ja. Die sind gut. Das war zu viel. Ja. Das ist gut. Ja. 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 Da ist das eine Spinn. Ja. 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 Alter, warum? Oh. Oh. Ja, also weißt, ich probier dich wieder mal, du kriegst wieder mal eine Schosserl. Damit du ja nicht weinst, da bist du da. Okay. Damit du dich dann weinst, zu weinen. Wer? Sinclair. Aber ich fand er gar nicht so schlecht, dass er in einem Partie wohl gespielt hat. Ja, aber ich finde, er zündet nicht so wie... Du bist ein Gott! Du ahhh! Fast, Alter. Okay. Na, ich bin wahrscheinlich viel zu sehr auf Haze festgefahren. Ja, man ist es auch noch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber so als Backup finde ich ihn jetzt nicht so schlecht. Ja, sicher. Nein! Boah! Boah! Und ich kann mir die Macht besser umgehen. Oh, der ist ganz frei. Oh, der ist ganz frei. Yes! Und es kommt, es kommt. Die machst du auch oft, diese Pässe. Diese in love, die Pässe. Ja, viel zu oft leider. Weil da hätte ich ihn, glaube ich, dass er ihn wirklich kriegt. Normal passt. Weil da wäre Platz gewesen. Bis da einer nachkommt, kann er wieder losrennen. Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Du kriegst den Ball einfach nicht weg, gell? Ja, aber da ist schon ordentlich jetzt gehalten worden, muss ich sagen. Das ist ärgerlich. Ja! Ja! Lucky Bunch! Wow, Sita! Schön herausgespielt, aber trotzdem Lucky Bunch! Aber ich hab's gewusst, ich hab's dir vorher gesagt. Ja, das stimmt. Aber, es verdient sich an jeder das Weiterkommen, sag ich mal. Na ja, schöner Abzug. Na, zuerst hab ich gedacht, ich spiel ihn links raus und dann hab ich gesehen, na da ist Platz. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was hat mich da jetzt geritten? Was hat mich da jetzt geritten? Was hat mich da jetzt geritten? Jetzt war ich überrascht, dass das zu drücken ist. Jetzt war ich sehr überrascht. Ja, das war's also vorläufig mal mit dem Metze Power Cup wieder. Wir sehen uns dann erst in vier Runden wieder. Ja, pass rein. In Runde 13. Wir stehen in den Lingen. Genau. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.